Oh, oh, ja, nein, wir sind ein Flatout, das war zu weit, das war zu doof. Das war immer noch zu weit nach, oh, also da bin ich zwar, es ist eigentlich ganz schön, dass ich da durchgekommen bin, aber viel gebracht haben wir das jetzt auch nicht. Nee. Ach du Heilige, ich muss da komplett. Nein. Nein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches Loch hier am besten ist. Das scheint mir aber wirklich... Ja, 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 nein, 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 zu weit. Oh, damn it. Ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, dass ich den Mann immer wieder rette. Das ist ganz gemischte Gefühle hier. Aber was wirst du machen? Man muss ja... Das Spiel zwingt einen ja dazu. Nein, immer noch zu früh. Als allerletztes... Jetzt! Ja, da reicht... Nee, reicht nicht, schade. Das heißt, noch ein bisschen mehr hier so... Und jetzt! Nö. Ach, da kann ich einfach durchlaufen, Lolo. Gut, wenn das so ist. Oh, ich dachte, man könnte da einfach durchlaufen. Aber nein, kann man nicht. Wer will mich da auch nicht einfach durchlaufen lassen? Und das ist nicht... Ach, verdammt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nein! Mit dem Hacken hätte ich ihn erwischen können, aber habe ich nicht. So, jetzt hau ihm den Fuß an den Kopf. Oder irgendwo anders. Ja, na, na, na... Jetzt aber... Nein! Der Mann muss gerettet werden! Der ist gut für die Welt! Ja! Was sage ich? Sein grenzstibiler... Grenzstibiler Bodyguard. Oh. Ja, ich rette sie! Ja! Ich werde ausgelacht dabei. Das finde ich ein bisschen doof. Nagt an meinem Selbstbewusstsein. Irgendwie lachen die mich immer zur selben Stelle aus. Ja, ist ein bisschen... ein bisschen gemein. Hallo, ich fliege hier nur vorbei. Können Sie nicht um mich? Ja! Das war wohl nichts. Auch das war nichts. Aber das hier war auch wieder nichts. Mann! Das hier war was. Ach gut, das sieht nach irgendwas aus. Oh, 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 oh. Ach, wirklich? So am Knöchel gekitzelt, Mann. Jetzt aber. Ich glaube, ich brauche die Zeitlupe gar nicht. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich muss ihn da mit treffen, sonst funktioniert es nicht. Ich habe ihn ja auch schon berührt. Aber es hat nicht geholfen. Trotz all meiner zärtlichen Berührungen. Oh, oh, da bin ich wieder über das Ziel hinausgeschossen. Ich habe ihn hier. Ich hatte mal einen langen Abend zu machen. Na gut, was wüsste von dem Mann, der Rump rettet, erwarten. Ihr vielleicht? Das könnte auch was werden. Nein, so nicht. Gucken wir mal, wo wir da am besten abspringen müssen. So. Nein. Bestimmt auch noch später, wahr? So. Oh. Äh. Bisschen wir über das Ziel hinausgeschossen. Nein. Das wird irgendwie nix. Okay, ich muss an die Decke kommen. Oder Smith. Ihnen das gut zu sein. Nein. So nicht. Äh. Was baut der für Level, der junge Mann hier. Oder die junge Frau. Oder der alte Mann. Ich weiß es nicht. Wer auch immer das gemacht hat. Lass das. Bau die doch leichter. Das ist ja schlimmer als Getting Overhead. Obwohl, wahrscheinlich nicht. Ach. Ich versuch's wieder hier. Da war ich durch da dran. Nein. Ich stimme. Ich kann ja keine Treppe hochgehen. Ah. Der Bodyguard. Ey. Soweit. Das ist schon wieder vorbei. Vergat. Ja. 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 Ach komm schon. Nimm doch seine dicke Metalwanne da weg. Und jetzt. Na. Mann. Ich dachte, das wäre nur ein kurzes Spiel. Ich hänge jetzt schon wieder seit Ewigkeiten. Ja. Oh Mist. Ich dachte, ich hätte da eine Sekunde oder so. Nein. Ach. Ist das dumm. Ah. Ja. Ich fliege hier nur vorbei. Hab ich ja schon mal erzählt. Warum steht überhaupt eine alte Mühle? Genau. Und mitten in der Stadt. Nein. Hier vielleicht. Hm. Hier vielleicht. Hm. Hier vielleicht. Hm. Nein. Kollege Schnürschuh. Was ist denn jetzt los hier? Ich will eigentlich nur, dass du da runterfällst. Ich kann nicht so schwer sein. Dann musste ich doch da... Woher wohl eher hin? Dann musste ich doch... Na 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 na. Dann musste ich doch da... Was mache ich denn hier? Ja, lacht mir ruhig aus. Ich hab's verdient. Ich glaube, ich lass ihn jetzt einfach sterben. Was soll's. Hm. Aber irgendwie nagt er... Au. Auch an mir. Ich hau ihn bitte weg. Nein, er haut ihn nicht weg. Nein. Wie. Wie. Mhm. Wie. Wie. Ach, fat, fat. Wie. Ähm, wie. Alles klar? Okay. können. Jetzt werde ich aber langsam zu ungeduldig und zu schnell. Ich drück schon weg, bevor ich gelandet bin. Das geht ja wieder nach da. Immer links oder rechts daneben. Oh, das war glaube ich gar nichts. Das ist eintönig, ne? Es muss doch einen Weg geben. So vielleicht nicht. Nein. Das ist doch unfassbar. Wo komme ich da rüber, aber... Oh, oh, alter, oh. Alter, was? Neowamp rashes survivors dropping the bombs over a twitter war was worth it. Twitter war was worth it. Okay. Alter. Der Typ. Ich dachte, das wäre so ein kurzes Spiel. Das kann man mal so eine Stunde durchspielen. Nö. Das ist... Du wirst mich doch verscheißern oder was? Ah. Soll ich über Laternen springen? Wer macht so was? Oh, ich kann da nicht mal rauflaufen. Ich muss doch gut rüber springen. Na geil. Hm. Ja, zu weit. Ich ging da fest. Ja. Oh. Habe ich noch Zeit? Nein. Kann ich einfach... Reicht das? Alles klar. Machen wir halt so. Hau ab, du Sack. Bäh. Bäh. Achso, ich dachte, schade. Ich dachte, Rumpel fällt da runter. Der alte Rump. Achso, alle überlebenden Frauen gehören also ihm. Ja klar. Man muss ja auch auf Nummer sicher gehen. Na? Aha. Was ist mit der Figur da unten los? Oh. Oh. Yay. Ich glaube, ich komme noch nicht ganz an. Was ist mit der blöden Figur hinter ihm los? Da ist ja zu weit. Oh. Okay. Hiiii. Hallo. Der schubbt sich vom Tag. Achso, er ist mit dem dritten Weltkrieg noch gar nicht fertig und nimmt schon den vierten. Oh klar. Alter. Kann das sein, dass die ein bisschen aussehen wie alte Wehrmachtsoilaten? Ähm. Hat der Rump sich da ein bisschen was abgeguckt? Oh Gott. Das ist immer noch nicht vorbei. Was ist das denn da? Ich habe mir eine Zeitmaschine gebaut. Was ist das? Oh Gott, das kommt schon wieder ein total dämliches Level. Okay, dann mal los. Hä? Wie? I failed. Oh. Oh. Jetzt muss ich versuch... Ach, ich bin der mit der Zeitmaschine, der es jetzt immer wieder versucht. Press 2 to endgame and reset the timeline. Das ist ja auch clever. Ich bin dann der, der es irgendwie versucht hat. Okay. Dann drücke ich 2. Beende das Spiel. Und setze die Zeitlinie zurück. Ich bin der Mannberger. Ich bin der Mannberger. Dann schauen wir mal ab. Ja, das wird dann doch erscheinen. Aber dann ist weiter weg. Ich bin der Mannberger. Dann rückt mich vor. Das muss man bewusst sein. Wenn dann sein. Puh, was für ein Traum. Oh, was ist das? Ich brauche einen Job. Na, so dringend brauche ich den Job nicht. Ich glaube, ich werde mich wieder schlafen. Ja, ich glaube. Ich glaube, das ist das Beste. Und während er sich schlafen legt, sage ich einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dann einer zugeschaut hat. Wenn nicht, dann sage ich trotzdem Danke. Ein wenig Schizophrenie schadet nie. Und bis dahin, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und Delle, hier, du, weiß ich, wie er heißt hier. Developer X. Ich hasse dich. Das war ein gutes Spiel. Ich hasse dich trotzdem. So. Und ich sage dann mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.